hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video in diesem video geht es nun wie ihr hier sehen könnt um den rapper nf ein rapper der zur zeit ziemlich bekannt ist und über den möchte ich mein video machen auch über das thema ob der nun christ ist oder nicht denn es geht ja überall das gerücht herum dass dieser rapper ein bekennender christ wäre und darüber möchte ich jetzt mal wie gesagt ein video machen ja gut dann fangen wir mal an wie gesagt nf ich werde euch ein paar sachen über den rapper erzählen nf ist ein rapper der ziemlich neu und ja auch schon ziemlich bekannt ist der ja der aus einer familie stammt in der viel leid und viel schmerz erleben musste also er seine eltern haben sich getrennt und seine mutter die hatte probleme mit drogen mit pillen und dann wurde er von seiner familie weggenommen weil die mutter mit dem freund mit dem sie zusammen lebte sich nicht so vertragen hat beziehungsweise die mutter der freund sich nicht so mit nf und mit mit einer weiteren tochter seiner mutter vertragen hat und dann wurde er zu seinem vater geschickt und ist bei seinem vater aufgewachsen und seine mutter hat als er erst 18 jahre alt war sich eine überdosis pillen gegeben und ist an der überdosis pillen gestorben und da hat er ziemlich viel mit schmerz zu kämpfen gehabt in seiner jugend dass er mit seelischen schmerzen und auch mit depressionen und mit allem möglichen und hat dann quasi die musik für sich entdeckt um so seinen schmerz und seine sein leid zu bearbeiten und hat jetzt neulich ein album rausgebracht ist das search heißt das ziemlich bekannt wurde das wo es überall reaktionsvideos dazu gab zu dem titelsong das search gab es auch in deutschen youtube einige leute die was mit rap zu tun haben die darauf reagiert haben und das bewertet haben und es sei überall ziemlich gut weggekommen er wird auch schon überall von allen sozusagen als der zweite eminem gehandelt so als der sag mal der 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 junge eminem manche meinen auch es wäre der der sohn von eminem von eminem oder oder der kleine bruder von eminem aber natürlich alles nicht in realität sondern halt nur so als gerede sag ich jetzt mal gut in diesem video soll es nun darum gehen um die songs von ihm also um die musikvideos deren bedeutung und auch darum ob er nun tatsächlich christ ist oder nicht da ich gestern erst eine diskussion in facebook hatte mit einem user und diese diskussion hat mich dazu angeregt dieses video zu machen weil dieser herr einige dinge behauptet hat die ich so nicht stehen lassen kann ich möchte auch keinen namen nennen und jemanden in den dreck ziehen deswegen werde ich nur vorlesen aus diesen gesprächen werde keine screenshots einblenden weil wie gesagt ich möchte da niemanden beleidigen deswegen werde ich einfach nur vorlesen was dieser herr da kommentiert hat es hat sich alles so entwickelt dass ich in facebook in einer christlichen rapper gruppe drei musikvideos von von nf gepostet habe und gesagt habe dass ich die lieder ziemlich gut finde beziehungsweise der flow und die melodien mir gefallen und so und habe halt dann dazu geschrieben dass er zwar dass es zwar kein christlicher rap ist aber ein christlicher rapper woraufhin dann ein herr gemeint hat nein das wäre kein christ und das wäre eine lüge und ich wäre ein lügner und habe gesagt er soll nicht beurteilen weil er darf nicht urteilen nur gott darf richten und nicht wir frei nach dem motto only god can judge me was ja auch tupac bekannt gemacht hat den spruch sage ich jetzt mal und dann hat er gemeint nein wir dürfen als christen sehr wohl richten das ist uns in der bibel gestattet und das sollen wir sogar und hat halt behauptet nf wäre kein christ und ja und das wäre eine lüge dass nf ein christ wäre und habe ich gesagt ob er sein herz kennt ob er weiß was in seinem herz vor sich geht und dass nur gott was im endeffekt entscheidet wer christ ist und wer nicht weil nur er das herz sieht ist jedoch steht auch irgendwo in der bibel drin dass wir nur also wir menschen nur das äußerliche sehen während gott in das herz sieht also können wir nicht sagen ob nf das sage ich jetzt gleich von weg können wir nicht hundertprozentig sagen ob nf ein christ ist oder ob er keiner ist es gibt einige indizien die für beide seiten sprechen und dazu komme ich auch gleich noch in diesem video aber von weg möchte ich einfach mal sagen dass wir als christen nicht das recht haben zu richten also wir haben schon das recht zu sagen dieser mensch oder das was er da getan hat und dies und jenes ist nicht christlich das dürfen wir sehr wohl weil wir ja von gott die gebote bekommen haben an die wir uns halten sollten also was ein christ tun soll was ein christ nicht tun soll aber wird wir können nicht sagen der ist kein christ wir können sagen okay anhand von denen und denen den tatsachen gehe ich davon aus dass er kein richtiger christ ist aber wir dürfen nicht sagen wie dieser herr das dann behauptet hat er ist er ist gar kein christ denn wie gesagt wir wissen nicht was er in seiner privaten kammer tut wir wissen nicht wie er privat lebt wir sehen nur musikvideos die ja zum großen teil auch kunst sind wo wir später auch noch dazu kommen und wir wissen nicht welche botschaften dahinter stecken weil das nur der derjenige weiß er das lied entwickelt hat und wir wissen auch nicht ja wie er privat lebt ob er wie oft er am tag bibel liest wobei es ja auch nicht entscheidend ist wie oft man bibel liest als christ und dass man von herzen glaubt ja wir wissen nicht wie er seinen alltag mit gott gestaltet das wissen wir nicht deswegen können wir nicht sagen er ist kein christ weil das darf nur gott sagen wir dürfen sagen okay das und das und das was er tut ist in der bibel so nicht wiederzufinden und ist nicht christlich aber wir dürfen nicht urteilen und sagen er ist kein christ weil wir sind ja nicht in seinem leben und wir wissen nicht was er von der verbindung zu gott hat und wir das leben mit gott lebt ich muss sagen bei mir erkennen auch die wenigsten dass ich christ bin klar wir sollen wir sollen in der welt also für die leute die keine christen sind sollen wir ein zeugnis sein damit die sehen okay dieser mensch ist anders und quasi ein vorbild für gott sein aber das heißt ja nicht dass wir nie fehler machen und ich zum beispiel mache auch viele fehler ich mache sogar viele fehler immer wieder obwohl ich weiß die die sachen sind nicht gut oder die fehler sind nicht gut ich mache sie trotzdem immer wieder weil ich eben ein mensch bin und wir sind alles sünder und es geht aus der bibel auch hervor wir sind nur errettet durch gottes gnade und nicht aus unseren aus unserer eigenen leistung wir sind alle sünder nur die gnade von gott ein allein die gnade von gott und der glaube dass wir an gott glauben der errettet uns nicht die taten das kommt auch aus der bibel wenn man die bibel gründlich liest kommt es deutlicher vor dass uns nicht die taten erretten sondern nur der glaube klar sind die taten wichtig und klar liegt man von gott segen wenn man positive dinge tut wenn man armen menschen hilft wenn man bedürftigen menschen hilft wenn man leuten hilft die depression oder sonst irgendwas haben klar freut sich da gott darüber und das gibt bei uns einen bonus sage ich mal bei gott aber das heißt nicht dass wir nur durch diese taten errettet sind sondern wir müssen erst glauben und werden durch diesen glauben errettet und das vergessen viele menschen deswegen ja wir dürfen richten aber wir dürfen nicht urteilen also wir dürfen nicht sagen einen verurteilen sozusagen wir dürfen nicht sagen dieser mensch ist kein christ nur weil er zum beispiel ein tattoo auf dem arm hat ja tattoos sind vor gott nicht in ordnung da kommen wir später auch noch dazu aber nur weil jetzt ein elf ein tattoo auf dem arm hat oder weil irgendein anderer sänger ein tattoo auf dem arm hat heißt es noch lange nicht dass er deswegen kein christ ist das heißt nur er hat etwas getan was gott nicht so gefällt und dann müssen wir mal bei uns selber anfangen steht ja auch in der bibel warum seht ihr den den splitter im auge eures eures bruders aber den balken in eurem eigenen auge seht ihr nicht und wir sehen immer das was andere menschen falsch machen aber was wir im alltag selber falsch machen sehen wir nicht wir urteilen weil in effen tattoo hat wir urteilen weil nf musikvideos macht die düster sind die bissle melancholisch sind die bisher nicht so freudig sind wie gott uns quasi sagt dass wir freudig sein sollen weil wir ihnen glauben aber wir wissen nicht warum er diese videos macht wir wissen nicht was ihm das bringt diese videos zu machen und wir wissen natürlich auch nicht was er von der beziehung zu gott hat das weiß nur nf selber und das weiß nur gott also dürfen wir sagen okay wäre ich persönlich christ würde ich so und so ein video nicht machen weil punkt 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 und weil es die bibel sagt aber ihr könnt nicht sagen nur weil er jetzt so ein video gemacht hat ist er kein christ und das vergessen die meisten und das hat auch dieser herr vergessen mit dem ich übrigens auf englisch diskutiert habe weil das ein englisches forum war der dann behauptet hat okay ja er ist kein christ weil er weil er in einem musikvideo wo wir nachher noch dazu kommen am ende auf ein blatt schreibt lost also verloren und ein christ der an gott glaubt der ist nicht verloren ja aber auch hier dieses lost kann mehrere bedeutungen haben aber wie gesagt dazu kommen wir später noch ich werde in dem video wie bei dem justin bieber video alles gründlich analysieren so dass nachher jeder quasi für sich selber entscheiden kann ob nf für ihn ein christ ist oder nicht aber urteilt nicht denn ja wir dürfen urteilen wir dürfen sagen diese und diese tat ist nicht biblisch aber zu sagen der ist kein christ weil er diese und diese tat getan hat das steht uns nicht zu